Hallo, willkommen bei DigiGrid und dem DigiGrid Q Desktop Audio Interface mit Netzwerk. Das DigiGrid Q ist ein hochqualitatives Desktop Audio Interface fürs Monitoring mit einem High-End Kopfhörerausgang, einem großen Lautstärkeregler und vier auswählbaren Eingangsquellen Ethernet, AES, Analog und Bluetooth. Das Interface wird über Ethernet mit einem Mac oder PC verbunden. Basierend auf dem Wave Soundgrid Netzwerk erlaubt dieses flexible System bis zu 16 Interfaces mit dem Rechner zu verbinden. Ein simples modulares System, was sich einfach mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen erweitern lässt. Die DigiGrid Hardware wird mit der Soundgrid Studio Software kontrolliert. Diese Mischpultsoftware liefert alles, was man braucht. Einstellung der Vorverstärkung, Audio-Routing, Clocking und Monitoring. Und wenn man einen der DigiGrid Soundgrid Server hinzufügt, kann man die Rechenleistung der Plugins auf den DSP auslagern und hat Echtzeitmonitoring durch die Plugins. Das DigiGrid Cue ist der perfekte Helfer für alle Monitoring-Anwendungen. Mit seinem High-End Kopfhörerausgang, seiner Flexibilität und der Erweiterbarkeit des Soundgrid Netzwerkes ist das Cue das ideale Audiointerface für alle Audio-Engineers. Schaut auch gerne auf unsere Webseite www.digigrid.net für mehr Informationen und alle unsere anderen Produkte.